Willkommen zurück zu Burnout 2 Takedown zur Fortsetzung dieses Spiels und damit zu diesen Veranstaltungen im Rahmen der Burnout 2 Welttour. Das letzte Mal haben wir Road Rage gemacht in Europa, was gar nicht so leicht war eigentlich, aber wir haben es zwar gut geschafft diesmal, aber 20 Takedowns in drei Minuten war schon schwierig auf der Strecke, aber wir haben es geschafft, das zählt, daher Goldbedaille erlangt den nächsten also und machen daher weiter mit der nächsten Veranstaltung und zwar ist das wie ein Rennen, ja und da fangen wir viel Rennen hier, da gibt es viel mehr Questkreuzungen, aber so ist das und zwar machen wir diesmal Vanyard! Crash FM ist zurück, die Sonne scheint, das Wetter ist gut und zu dieser Tageszeit latschen auch keine Gäste über den Bordstein vor dem Café Kilometre, ihr wisst was ihr zu tun habt, sorgt dafür, dass Jacques Arbeit hat, verteilt die billigen Möbel auf der ganzen Straße und kürzt eure Route zum Ziel ab, hier ist DJ Black Pearl auf Crash FM! Und zwar fahren wir diesmal den Eliminator, das letzte Event für die Strecke, jetzt schon, teilweise ist die Verteilung ein bisschen blöd, ne eigentlich die Verteilung, da fährt man eigentlich viel mehr hinab an der Serie, die gleich zu viele zu häufig die gleichen Strecke in meinen Augen, aber naja, trotzdem, Bronze ist halt neues Event frei, Goldbedaille Rennen Event ist halt Extras frei, wir machen Eliminator, haben wieder freie Fahrzeugwahl, also bis auf den Leute, der zusammengefahren sind, deswegen nehmen wir den nicht, wir fahren mal Eliminator, Eliminator, eliminieren wir mit einem Kopfgeldjäger, Assassin! Fahren wir mal so, fahren wir mal so, Geschwindigkeit 6, Gewicht 1, erinnert sich auch nichts in den Werten eigentlich, das ist auch ein bisschen blöd, eigentlich, weil man nie genau, wo bescheiden die sich eigentlich... Hey, jetzt ändern wir mal die Regeln, wer am Ende einer Runde als Letzter über die Linie fährt, wird eliminiert, versteht ihr, woher der Name kommt? So, weg bitte hier! Okay... 아... Komm ich lass uns... Ich weiß nicht, was du? Ich weiß nicht, was du... Ich weiß nicht... Hey... Ich weiß nicht, dass du schiefst... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Mit den Nerven So Hey und zeigt dir, wie sich ein Takedown anfühlt. Hier ist DJ Black Pearl auf Crash FM. Alles rund um Burnout. Oh, Gott, der hat plötzlich her. Okay. Na? Okay. 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 Auf die Post. Hey, Leute. Das ist der Kniller. Die Gemeindebehörde hat die Uferpromenade dekoriert. Und zwar haben die mitten auf die Straße ein paar massive Hindernisse gestellt. Sehr cool und absolut perfekt, um die Gegner in einen Takedown zu schicken. Los geht's, wenn ihr euch traut. Diese Durchsage wurde euch präsentiert von Crash FM. Da kommt wieder einer. Da kommt wieder einer. Aber bisher läuft das Rennen ganz gut. Nein! Kaum hab ich's gesagt, ey. Ich kann mich nicht mehr richtig um den Perfekt rum, ey. Ich bin trotzdem erster, weil der in mir reingeflogen ist. Das wär nur noch mit deinen vergeben. Ei, 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 ei. Ha! Du wolltest mich da reindringen, hast du da vorne Okay Wenn ihr zum ersten Mal auf den Straßen von Weinyard unterwegs seid, solltet ihr die Kurven immer möglichst schnell nehmen, denn dann werdet ihr keinen Sprung auslassen Das neueste von der Strecke gibt es hier auf Crash FM Okay, nächste Runde So, letzte Na, aber auch nie Vorsprung 10 Sekunden Vorsprung, ey Krasser Mist Oh! 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 Oh!